Wer von euch schon länger dessen spielt, sollte wissen, um welche Waffe es geht, denn sie ist ein Reskin von einer sehr, sehr alten, damals übertrieben beliebten Waffe und zwar geteilt um Zenuna. Zenuna ist der Reskin und zwar wirklich 1 zu 1 Reskin von der letzten Hoffnung von vor Ewigkeiten. Eine meiner absoluten Lieblingspistolen, die übertrieben Spaß gemacht hat früher und richtig, richtig krank in der Meta waren. Weswegen ich mir denke, ey, Reskin von meiner Lieblingspistole, ich bin gespannt drauf, mal gucken, muss ich ausprobieren. Und hier bin ich, meine Droge, den ich hier für euch habe, ist Kopfsucher, perfekte Ebene, dazu Leichtmagazin mit Kork, Zertral, darüber will ich nicht reden. Ich habe einen Backarmack drauf gemacht, denn ich habe so 42 Schuss und das bin ich nur bei 30. Deswegen Backarmack bei mir, viele Schüsse finde ich immer richtig nice, denn wir wissen, wie gerne ich mal verschieße mit Schnellschießenden Sachen. Aber das ist eine 3er Burstpistole, sie hat vielleicht nicht die meiste Range, aber extrem viel Stabil, deswegen bin ich mega gespannt drauf, wie gut sie performen wird. Von daher, ich würde sagen, wir haben genug geredet, alles Gameplay, let's go! Ich habe den dahinter, aber den davor nicht. Einer ist buddied, nice team, genau der war buddied. Los, Mike! Nein, ich habe gehofft, ich kann noch rüber sliden, schade. Vor mir ist was. Jo, warte mal, wenn du nagell dran bist, hat die einen richtigen Damage drauf, oh mein Gott. Ich habe viel zu viel Spaß mit Pistols. Wie bitte? Ich sehe dich eindeutig mit der Pistole um der Gläfchen in der Hand. Ja, ich mich natürlich auch. Nein, der andere hat mich set, aber ich habe ihn noch. Das geht, der Wischen. Das geht, der Wischen, das geht, das lassen wir uns zusammen rechts hoch gehen, der Wischen. Habe ich doch, nice team erwischen. Digga, du hast zwei sterben lassen. Ja, da bin ich überlebt und den Kill haben, also ich fand das echt eine gute Idee. Du hast einfach nur nicht getroffen. Nee, ich habe eigentlich nicht gewusst, wo ich hinschießen soll. Oh mein Gott, nice team. Also ich fand die Aktion gut. Ja, danke. Ich hasse euch. Nice, Evision. Und dennoch bist du gerne bei uns. Nein, ich hasse es hier zu sein. Einer ist One-Shot. Zwei sind One-Shot. Ich wurde weggeboxed von der Melee und mein Team kam wieder nicht mit. Ja, wir sind zwei. A-Bein. Mann, mit einer Sniper, bin happy. Oh, ich habe zwei mit der Sniper. Oh, nee, war zu grünen. Einer Buddy da hinten. Der hat nur irgendwie die Bank gebocht, finde ich gut. Nee, hat er nicht. Denen bei uns kommt einer. Ja, alles gut, hat Eino erwischt. Der ist auf K. Nein, das habe ich nicht geblickt, so ein Kack. Ich bin auf dem Weg. Oh nein. Robin. Auf B ist was. Hast du Bock? Ich habe auch Bock. Let's go. Das ist zu viel range. Einer ist One. Einer ist recht gut. Genau der. Genau der. Genau der. Genau der. Habe ich da eine Bubble gehört? Ja, habe ich. Ja. Aber der ist... Meint ihr, der kommt da raus? Also ich glaube es nicht. Warte, ich slide rein, gebe ihm Headshot. Okay, ich komme mit erwischen. Okay, Alter, ich bin raus. Das hat er nicht gemacht. Okay, tut mir leid. Und Wiz hat den Force so low gemacht, dass es funktioniert hat. Das ist so frech. Wiz, wir sind das perfekte Team. Scheiß auf Kuppi. Nein, ich bin nicht dafür. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Dass die Scheiße funktioniert hat. Nein, ich treffe ihn nicht. Die belasten, dass ich hier allein bin. Ich bräuchte Hilfe bei A. Wie absolut fair, dass ihr mir helft. Ich habe ihn. Oh, dieser Sniper ist insane. Ich mal, Kuppi. Oh mein Gott. Ich hasse Himmel. Ich bin verhebered. Dicker, was? Allein deswegen kann ich es nicht mehr rausschneiden. What the fuck? Das ist ein neuer Sound. Das ist ein neuer Sound. Ey, das ist echt eine gute Idee. Ich schon wieder. Ich schon wieder. Kuppi, das muss ein neuer Sound für Pumper werden. Ich glaube auch, das muss ein neuer Sound werden. Bitte nicht. Nice. Ey, die Pistole ist übertrieben. Nice. Mal so das Thema wechseln ganz schnell, damit die Vision nicht abgefuckt ist. Jetzt wird das funktionieren. Habe ich das schlecht gemacht. Damit ich mich nicht aufhegen würde. Die gehen doch schon zusammen rein, oder? Ich bin raus. Okay, dann meinte ich mich dort. So viel Lunch habe ich dann doch nicht. Was dem Gegner Einhalt geboten. Der Zonenvorteil liegt bei... Warum rennt der jetzt weg? Ihr habt es fast... Der rennt ja kaum level von mir. Zone A erobert. Powerplay. Was nicht nass. Oh nein, ich bin tot. Danke Team Match. Ciao, bin raus. Oh nein. Ich hatte schon bessere Ideen, okay? Nein! Wo ging meine Schüsse hin? Ich war doch voll drauf am Ende. Okay, nur war unnötig. Der können ja eigentlich nur Flakmenzen, oder? Hilfe! Ich habe einen abgestorben, jetzt habe ich Angst. Warte, mein Team ist da hinten. Ich gehe mit dem Team, weil das macht man so als smarter Titan. Erstmal ein Team mit kicken, okay, mein Team ist tot. Schade. Was? Da gehe ich doch allein weiter. Ich lebe noch an. Der ist da hinten. Der war da hinten. Der war da hinten. Oh nein. Oh Gott! Oh Gott, hilf mir doch! Mein Meliko, das tut mir leid, mein Meliko, das geht nicht. Ich brauche Hilfe hier drin. Niemals. Ich dachte, du bist ein Gegner, ne? Zuverranged, zuverranged, er hat eine Klebe, er hat eine Klebe, er hat eine Klebe! Er hat eine Klebe. Ja. Wofür tust du mir das an? Was ist denn bei euch passiert? Alter, frag mich nicht. Nein! Zaid! Och! Nice Team. Wo ging mein Damage hin? Please, da gibt es noch ein paar Beine. Mein Meliko, der hat den dreimal nicht. Ich fühl mir aus, Alter. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend. Oh mein Gott, Game. Komm, wir machen den kaputt. Geh rein, komm bitte, das One-Shot. Ach so, okay. Nice, ich habe ihn, da ist noch einer. Habe ich. Sehr schön. Kommen wir draus, wir machen das easy. Oh Gott! Oh mein Gott. Seid ihr, wir machen das easy. Das sah in dem Moment nicht so aus, ganz wütig sein. Doch, doch, das war einfach easy. So viel Ranch habe ich nicht, doch habe ich, let's go. Noch ein Läger, Mauer, berühmte ich weiter. Nein, warum darfst du um ihn, aber ich habe ihn, meine, alles cool. Verstehst du nicht, warum es deiner ist? Wallet halt. Und ist in mein Schild gelaufen, also ist es mein Kill, hä? Macht doch Sinn. Aber das hat man hinten. Kennst du das? Du dich in Re-Left duxt, weil du siehst, einer sniped? Ja, ja. Ich auch nicht. Ich kenn's. Nein, ich will nicht eingespummen werden. Dann die auf einen Endkennen, genau. Hab die Goldie. Oh nein. Oh fuck's luck. Er gibt mir den Headshot, er hat nicht mehr ganz gezogen. Oh nein. Drei Minuten. Wo? Warum haben wir mich sehr zu weit oben? Oh Gott, alles gut. Das Nachladen. Ich glaube, jetzt hast du genauso viel Bock wie ich. Perfekt, ich auch. Hab ich daneben geschossen? Oh mein Gott. Auf dem Weg. Das ist ein bisschen viel, Mensch. Alles gut. Ja, sag ich ja, der liegt zurück. Also lass mal reinfahren jetzt. Bin dabei. Das Team. Rechts oder links? Willst du rechts? Wir gehen rechts. Okay. Bin ich auch dabei. Der ist über mir. Es tut mir leid. Ich hab ein bisschen spät geblickt. Hab ihn doch. Hab nichts gesagt, du bist der Beste. Ich hatte bessere Ideen, aber ich hab ihn. Alles gut. Es nimmt halt absolut keine Fokus in der Zone ein. Ich bin dabei, okay. Das ist mir ja nicht erklärt. Bin mir gebuddled. Ja gut, wenn ich mit dem Fusion verschießt, hab ich eine gute Chance. Das kann das dümmste Nachdruck sein, was ich jemals hatte. Okay, geht's nicht gut. Ich geh auf Powerplay. Die spawnen hier. Killbau-Powerplay. Ja, aber es lockt halt nicht, ne? Ne, ne, es lockt nicht. Das wird halt nichts dann. Oh, da ist noch einer. Sad. Wir müssen ja gleich bei A spawnen. Oder sind ich spawnen noch bei dir oder bei A? Noch bei mir, glaube ich. Das sind die einige. Aber ich glaube jetzt auch. Ich hab nur ein bei A. Hab noch ein bei A. Hab noch zwei bei A. Ausgleich. Auf geht's, Wiz. Lass ihn nicht anholen. Hab ihn bei A, aber da kommen jetzt mehr. Wir haben's. Nice. Gott sei Dank, Digga. Let's go. Easy come back. Easy. Ich sag doch, wir holen das noch. Eigentlich ja. Aber seine MP ist besser. Ich hab zwei. Alter, die Pistol ist es. Die Pistol ist actually gut, ja. Die Pistol ist es. Ich hab aber nur leider nicht genügend Range auf meiner. Ich hätte gerne eine mit viel Range noch. Ich glaube, meine hat genug Range. Deine hat nur ein bisschen mehr als meine. Echt? Was ist mein Roller? Ich hab die Gaggett. Ich hab 5-Fits Range. Das ist nicht gut. Ich liebe Fusions. Nein, ich hab nur gebuddied. Sad, Val. Finde ich nett, dass ihr zurückkommt. Boah. Erwischen. Oh mein Gott, danke. Wiper. Sind wir beide ermächtigen Rutschen wie Bekloppte? Finde ich gut, dass wir Rutschen wie Bekloppte. Hab ich weiter Nebenschuss zuerst. Mach das Schild weg. Hab ihn. Hab noch einen da hinten. Hilfe. Was geht, der Vision? Wollen wir da nicht hinkucken? Nein, nicht reinstehen. Ich will da auch nicht hinkucken. Das Team. Noch eine rechts. Ja, ich bin da. Da brennt es ein bisschen. Oh nein, lieber. Hinter uns gibt einer. Mach nur 17 Damage ein bisschen. Meine Sniper hat nicht geschossen. Oh lol, da war er ein. Oh mein Gott, der hat mich so gut gesnipet. Nein, nein, nein. Das Team. Das sehe ich gern. Nice. Auch wenn er anderen ihn hat. Das fand ich ein bisschen frech, weil er One-Shot. Hahaha. Wie das geht, wie das? War ich von dem links von mir. Gar nicht mehr vorkommt. So viel Range hat meine Pistole leider nicht. Ich habe einen Spawnschlub, der Arme. Dünnwanderer, weil er dich boxt, Wiz. Er boxt mir fest und ich werde weggechained. Oh, das ist doch so ein Bullshit. Was ist mit dir drinnen in dem Video? Hahaha. Maaannnnn. Zählt das jetzt eigentlich dann als Kill für mich? Theoretisch kann man das so machen, ja. Hahaha. Ja. Daumenblatt links, Fragezeichen. Daumenblatt links, Ausrufezeichen. Die Pistole ist gut, oder? Die Pistole kann man spielen, die ist echt gut. Es hat so gut. Kann man nichts gegen sagen, die macht schon Spaß. Ja. Gib mir so die Vibes von der früheren, wie heißt die im Spezial, so die 3-Shot-Pistole. Last Hope. Genau, wie die Last Hope. Gib mir schon gute Vibes. Okay, Vision, tut mir leid, ich leg mich nicht mehr mit dem an. Okay. Ich habe nichts gesagt, Vision gibt die Pistole. Ja, alles klar. Hehehe. Du sagst. Wie fand ich etwas? Bis zum nächsten Mal.